Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Brandner, ich muss schon sagen, das ist eine beeindruckende Liste der Unterstützer, die Sie hier vorgelegt haben. Aber diese beeindruckende Liste ist nicht der Grund für einen Antrag. Der wirkliche Grund für einen Antrag ist nationale Abgrenzung. Und das gehört hier auf die Tagesordnung gesetzt. Und ich sage an dieser Stelle mal, Sie haben Kolleginnen, die haben ja eine besonders alpine Affinität zur Schweiz. Dieses Land hat vier Amtssprachen. Ist das vielleicht der heimliche Grund, warum Sie diesen komischen Antrag hier gestellt haben? Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Brandner wünscht uns Mut zur Courage. Ich übersetze das mal nicht. Ich wünsche uns die Courage, anderen Sprachen mit Respekt zu begegnen, statt Angst davor zu haben. Und Sie wollen den Wert der Muttersprache in den gesellschaftlichen Fokus setzen. Meine Muttersprache ist Plattdeutsch. Und als ich damals bei der Mäste bin, in meiner eigenen Gemeinde, da habe ich damals, wie ich es davon überzeugt war, dass das besser ist, wenn man mit der Lü, die direkt mit einem Taddaun haben, auch in Plattdeutsch sprachen kann. Ich würde sagen, Sie mögen die Worte nicht gerne hören, aber das ist so eine Art Schlüsselkommunikation. Das ist eine Schlüsselqualifikation. Man muss einen gemeinsamen Sprachhaben, damit man sich tägensiedig auch unterholen kann und miteinander auch progen kann und sich verstahlt. Und ich habe Lüge erlebt in Iowa. Die sind zünftig Jahre alt. Die können bestens Plattdeutsch progen, aber kein Wort Hochdeutsch. Das sind bestens integrierte Amerikaner. Und die Engels können auch nicht darunter legen, dass die in Amerika utwandert sind. Da kann die Köfer gewissern. Sprachen, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind viel wert. Ich habe in der Schule Englisch gelernt. Meine Lehrerin würde sagen, nicht gerne. Ich würde das bestätigen, aber ich bin froh, dass ich es kann. Sprachen sind im Wandel. Auch die deutsche Sprache ist im Wandel, natürlich. Und niemand, ja, vielleicht nicht fast niemand will so sprechen, wie man früher im Mittelalter gesprochen hat. Sprachen entwickeln sich eben. Und das ist gut so, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es gibt nicht nur Deutsch. Die Vielfalt der Sprachen aus den Regionen macht doch den Wert Deutschlands und der deutschen Sprache insgesamt auch aus. Und sie dauern so, als wenn man Angst hemmen muss dafür, dass irgendein von Boten noch seinen Influss in uns Sprache hingeben hat. Deutschland profitiert davon, dass wir Tausammenwasen in der Welt. Tausammenwasen in der Welt geht nur, wenn man sich tägensiedig und heulen und verstanden kann, auch wenn man die richtige Sprache proben kann. Und wenn man eine andere Sprache proben kann… Herr Kollege Saathoff, abgesehen davon, dass Sie bitte darauf achten, dass wir alle auch verstehen, was Sie sagen, wollte ich Sie fragen, ob Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Spangenberg akzeptieren. Herr Präsident, die AfD vermutet, dass durch die Quantität ihrer Zwischenfragen ihre Arbeit mehr wertschätzt wird. Die Qualität lässt aber deutlich zu leiden. Und wir haben das heute erlebt. Ich lasse keine Zwischenfrage zu. Wenn man eine Fremdsprache spricht, heißt das eben nicht, dass man weniger Deutsch sprechen darf oder muss. Die AfD sagt, Sprache ist Kulturgut. Und ich würde sagen, nicht nur die deutsche Sprache ist Kulturgut, sondern alle Sprachen sind Kulturgut. Wer fremde Sprachen kennt, weiß nicht nur nichts von seiner eigenen Sprache. Er weiß auch nichts von den anderen Ländern und deren Menschen und deren Beweggründe. Und wer nichts weiß darüber, der hat Angst. Und wer Angst hat, der igelt sich ein. Und der hat dann nationalistische Tendenzen. Und wozu das führt, Kolleginnen und Kollegen, das wissen wir alle miteinander. Angst ist also der Grundlag von höhere politischem Handeln. Leider Kollegen von AfD sind da und so, als ob man höhere was wegnehmen würde, wenn was anderes der Tau kommt. Und das Tegendeil ist der Fall. Deutschland wird nicht arme, der andere Sprachen. Deutschland wird rieke. Und darauf mutten wir stolz wehen. Wichtig, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist es, verstanden zu werden. Den Autoren des Antrags ist es, bei den Autoren des Antrags ist, glaube ich, egal, ob ich platt spreche, Deutsch, Englisch oder Kisuaheli. Hören und Verstehen sind eben zwei verschiedene Dinge. Oder wie wir in Ostfriesland sagen. Ich fisch da die Wahl. Ich meine, ich begriebt ihn halt. Ich möchte mich abschließend ganz herzlich entschuldigen beim stenografischen Dienst. Und ich gelobe Besserung. Ich danke dem Bundespräsidenten für das Verständnis. Und besten Dank für Tauhöhren, Leid, Kolleginnen und Kollegen. Jetzt erteile ich, jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Axel Müller, CDU CSU.